bonjour ma cheris und natürlich ist es schon die zweite aufnahme die ich gemacht habe für mein verkacktes info video weil die erste nicht funktioniert hat beim ersten mal wollte ich auch planner unknowns battlegrounds spielen da ist es mir zweimal abgeschmiert dann habe ich ein anderes spiel gespielt creativeverse aber im nachhinein ist mir aufgefallen dass die sound qualität also dass meine sound qualität zwar ganz in ordnung ist obwohl sich das micro ein bisschen mechanisch ab und zu anhört vielleicht kam mir das auch nur einfach so vor aber auf jeden fall war der ingame sound einfach zu laut und darum begrüße ich euch jetzt zu meinem richtigen info video weil jetzt dürfte eigentlich der sound ingame fast zu leise sein aber das kann man ja immer noch bei den nächsten videos ändern und ja ich spiele hier planer und wollte euch einfach ein bisschen informationen geben was in den letzten paar monaten vielleicht auch fast jahren war und euch ein kleines update geben was jetzt mit dem kanal passieren wird vielleicht haben schon manche gesehen ich habe viele der videos die auf meinem kanal sind aus den playlists ich mach mal den voice chat hier aus rausgenommen beziehungsweise auch von der stadtseite gelöscht einfach damit platz ist für neue videos habe auch alle playlists soweit auf inaktiv gemacht also meine ganzen alten projekte sind sozusagen gestorben und ich fange jetzt mit neuen projekten an darum auch dieses info video ich will natürlich von euch wissen was für spiele ich spielen soll also was ganz klar ist dass ich dota spielen werde ich werde vielleicht player on battleground spielen ich werde creative versus ähnlich wie minecraft eine kostenlose version wenn man so will spielen und ich kann noch nicht raus jetzt aber und dann werde ich euch einfach ein bisschen da was zeigen was ich so machen will wir gehen mal darunter zu den zu den häusern ich hoffe mal da ist noch niemand und ja das sind auf jeden fall die spiele die ich machen werde jetzt mal so zum zum generellen was habe ich so die ganze zeit gemacht naja ich hatte abitur zu schreiben das war ein grund warum ich eher keine youtube videos mehr dann wirklich hochgeladen hatte ich hatte immer eine zeitlang motivation aber das war alles jetzt nichts weil ich war halt immer so bei meiner freundin oder zu hause und dann habe ich halt gedacht komm machst jetzt keine videos auch besonders wenn mein alter pc einfach diese diese spiele hier zum beispiel nicht wirklich verarbeiten konnte was dann auch überhaupt keinen spaß gemacht hat aufzunehmen und zu also spiel überhaupt aufzunehmen wenn alles ruckelt und leckt ähhhhh loot oh nice eine waffe magazin und darum habe ich mir gedacht komm kaufst du dir einen neuen pc scheiße dauert das lange wie ein nachladen ich brauche eine andere pistol alter bruder naja ein viermal sucher dann packe ich mir auf jeden fall drauf guck mal da ist schon eine andere pistole oh da ist sogar eine shotgun schmerzmittel äh ok shotgun mal nachladen fump 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 oh da ist sogar eine utzi äh mach mal kurz mein inventar die hier raus utzi rein das hier nehmen aber neun millimeter warte mal ich habe irgendwelche muni jetzt zu viel für die utzi habe ich jetzt noch nix was habe ich denn zu viel die hier brauche ich mach mal die und die raus aber neun millimeter wird nicht für eine utzi sein oder oh doch neun millimeter ist für eine utzi whatever ich habe keinen blassen schirm auf dem game äh und noch ein bisschen money so äh noch irgendwas hier in dem haus am zweiten stock gibt es auch noch kaum auf ja auf jeden fall habe ich abitur geschrieben das hatte ich dann fertig am ersten april hatten wir abiball also da war das dann alles fertig und ja eigentlich hätte ich dann wieder videos machen können oh cool eine gasmaske fancy cosmetics guys aber ich hatte ja noch nicht holographisches Visier please no game game give me holographisches Visier man I can't equip it what kann ich das hier noch mitnehmen nicht genug platz motherfucker gar nicht ähm aber ich hatte halt meinen alten pc noch das heißt es war eigentlich keine option für mich irgendwie äh Sachen aufzunehmen so jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein ich sollte vielleicht doch mal die shotgun rausnehmen ja sieht gut aus jetzt verstehe ich das mit den waffen anzeigen ja ok oder und ja dann war eben schon jetzt haben wir ende mai und oh cool ne ich habe hier keine genug platz ich habe schlüsse gehört jetzt haben wir eben ende mai und ich habe mir halt gedacht ok ich habe jetzt meinen neuen pc dann kann man doch auch mal wieder anfangen zu spielen oh gott ich muss auf jeden fall in die safe zone das sind die richtung oder ich habe angst dass da irgendwer ist ich nehme mal die utzi raus utzi 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 wahnsinn ok ihr merkt schon ich kann nicht so wirklich viele infos geben weil ich gerade hier am spielen bin vielleicht hat da drüben noch niemand gelooten oh da vorne rennt jemand ok rennen 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 oh fuck alter wo kommen die schüsse her motherfucker ok ich glaube der ist da hinten nicht mehr ich glaube der ist da hinten nicht mehr ok schließen oh ein Backpack das ist gut was ist das erste Hilfe Koffer ah schmerzmittel nehmen na 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 ja auf jeden fall habe ich mir jetzt gedacht komm machst du halt jetzt mal wieder videos und habe jetzt halt mit unknown player battlecrown scheiß trick angefangen kann ich das irgendwo anlegen na dann raus damit und bisher ist es eigentlich echt vom aufnehmen her ist es eigentlich recht okay alles hallo splittergranate oh ich habe keine geilen waffen oh hoch oh ok ich muss jetzt gerade mal mein inventar checken ich habe diese mini pistole genommen die ich nicht will ich will so eine geile brechstange alter holographisches visier kann ich anlegen schnell zugriff mal jetzt hier ist bullshit ok haben wir doch jetzt mal eine waffe mit der man was machen kann hier so oh oh da ist noch ein energy drink den können wir noch mitnehmen oh warte na AKM habe ich doch jetzt gerade ja AKM habe ich gerade aufgesammelt ok gut dann jetzt raus aus dem haus und ab in die safe zone die spiele habe ich ja glaube ich jetzt schon gesagt was genau ich vor habe zu spielen das werde ich auch so beibehalten ich muss dann halt bloß schauen was ich genau spiele ich habe vor drei videos pro woche hochzuladen das ist so mein goal und dann gucke ich halt mal wie das läuft also wie genau es einfach was die viewer zahlen sind wie es aussieht mit meinungen kommentaren und so weiter und so fort auch wie ich videos schneide zum beispiel hier unknown player battleground scheißtrick werde ich ganz sicher nicht so lange lassen ich habe das jetzt nur so lang weil das halt ein info video ist ok ich habe angst dass da jemand drin ist ich laufe von dem gebäude jetzt lieber mal weg und das werde ich halt schauen Dota kommt auf jeden fall wie schon gesagt und so weiter und so fort ich werde auch denke ich oft dann zu zweit spielen besonders players und battleground blödsinn Dota auch wobei ich Dota auch denke ich solo aufnehmen werde und so weiter natürlich habe ich auch gern irgendwelche Spielreferenzen von euch Far Cry 3 wird auch noch was sein was ich gern anspielen oder vielleicht auch spielen würde Skyrim aber das sind alles Projekte die halt sehr lange gehen und die ich jetzt nicht unbedingt so lange spielen will ich muss ein bisschen aufpassen oh da steht ein Auto oh sick wenn da jetzt niemand ist da habe ich ein alter ich bin noch nie Auto gefahren in dem scheiß game fahre ich dahinter ne dann fahre ich da links über die Brücke oh ich muss mich auch ein bisschen beeilen glaube ich fahre ich da drüber ja ich fahre drüber never pussy I never pussyed in my life. Maybe we will survive. Like survivors would do. Oh fuck, I have to go. Please go. There is the car. He has a turbo. Nitro Glitzer. Oh, I got shot. Oh motherfuckers. Drive faster. Fabric over. I think the safety christ will be up to the door. Oh no. Oh fuck. No one is doing anything. This is the plan for the channel. I will also stream live. Twitch will also be a thing. I will continue to follow. I will continue to follow. I will continue to stream the player. I will continue to stream the channel. And then the compilations on the channel. I will send the channel to the channel. I think that is clear. I will hold the channel. And I will just do a few YouTube videos. Just for fun. Because I have more motivation to play games. But I think that I have already mentioned so often. It will be a bit slow. And I don't know if I will eventually a few Dota tutorials. A little Dota stuff. A little Dota stuff. A little Dota stuff. I hope there is no one. It seems to be not. Oh motherfuckers. Oh motherfuckers. Oh motherfuckers. Oh it's lagged. Oh that's bad. Oh when are you sending it? Oh did I get out of there? Oh my apologies. Oh yeah. Oh my apologies. Oh my apologies. Oh okay. Oh my apologies. The one was missing. Oh oh yes. Ich muss erstmal einen Energydrink boosten hier. Ich weiß gar nicht was der macht. Ich glaube der gibt mir ein bisschen mehr Spilly Gonzales. Hier ist auch wieder eine Shotgun. Was ist das? Erste Hilfe Koffer nehme ich auf jeden Fall mit. Gasmaske habe ich schon. Ich bin safe. Verband nehmen wir auch mal mit. Noch 56 Leute am Leben. Auf jeden Fall besser als die letzte Runde. Die letzte Runde war ich nämlich Erster der gestorben ist. Oh ne Hose. Na komm. Was nehme ich denn jetzt? Rotpunkt Visier. Das kann ich auf eine meiner Waffen machen. Wtf. Was ist cooler? Rotpunkt Visier? Ja Rotpunkt Visier ist cooler. Hat viel mehr Groove. Ok. Ja wir sind doch recht reichs hier. Ich glaube ich habe jetzt eigentlich alles soweit. Oh. 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 Eine UMP. Eine SK. Ah. I don't know what to take. Was ist denn eine SK? Eine SK sieht recht nice aus. Da kann ich auch ein holographisches Visier geben. Na die UMP kann ich nicht mehr nehmen. Ah. Aber ich glaube dafür brauche ich 9mm oder? Oh wow. 14 Schuss habe ich jetzt. Die hat 5 Schuss nur? Wtf. Ok. Ich sollte eventuell die Tür hier zu machen. Ah. Tür schließen. Wir stehen erstmal auf. Und drucken. Warte wie druck man sich nochmal. C. Ok. Okay. Let's look out of the window. Ist das ein Flugzeug? Ich glaube es ist ein Flugzeug. Oh. 41 ist noch an dem. Ich habe keinen einzigen gekillt. Aber Camping ist die beste Taktik. Der verkleinert sich in einer Minute. Ist vollkommen ok. Ist fine with me. Jo. Kannst du mal deine Pistole? Danke. Kaum buggy. Kaum laggy. Ha. Ich bräuchte ein anderes Visier. Mit dem sehe ich echt gar nichts. Egal. Jaja. Spielbereich verkleinert sich. Ich bin trotzdem noch drin. Bloß beim nächsten Verkleinern wahrscheinlich nicht mehr. Da muss ich dann gucken. Was war da? Ah. Nur die ganze Scheiße hier. Oh. Das ist für die. Loll. Ok. Ah. 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 Das ist eine Shotgun. Ah. Wie ist denn eine Shotgun? Es war eine andere. Ah. 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 ich jetzt gerade... ne warte um P will ich eigentlich nicht. Ich lass einfach die hier. Hmm... I'm scared, boys. Na, ich sollte wieder nach oben. Das wird hier runter nix. Also ich würde sagen meine ganzen Infos für den Kanal habe ich jetzt eigentlich gegeben. Ihr könnt gerne noch zuschauen wie ich hier hilflos verracken werde. Und ansonsten... Warte, wie mache ich den Feuer Modus B? Automatisch klingt das schon viel besser! Anfertig für blockiert. Geht es da raus? Ne, ist ein anderer Raum. Oh, hier ist ja auch noch Fahrzeug, Schmerzmittel, nice, Money, noch mehr Money. Da sieht mich niemand. Oh, hier ist nichts los. Oh, er wurde überrollt. Geil. Wenn ich in die große City fahre, da sind wahrscheinlich alle. Kann ich eigentlich nicht hin, glaube ich. Ich kann es versuchen, komm. Never pussy. Never pussy. Ja, also freut euch auf meine Videos. Ich freue mich auch wieder, mal wieder was aufzunehmen. Fegt sich da jemand? Oh, ich habe kaum noch Tank. Oh, nice legs. Oh, da vorne ist jemand. Oh, da vorne ist jemand. Oh boy. Oh boy. Da ist auf jeden Fall ein Auto. Da ist bestimmt in dem kleinen Häuschen. Fuck, habe ich den Baum gerade getroffen? Oh, mein Gott. GG. Nein, das ist nicht das hier. Oh, hier steht ein Auto. Wo ist der Auto? Oh, da ist niemand drin. Wtf. Komm, nimm den ins Benzinkanister und weg hier. Oh, ich will in einen kleinen Wagen, Alter. Das ist viel cooler. Yo, hier ist niemand. Wtf ist happening? Oh, yeah, boys. Got a fucking Buggy. Deal with that boys. Oh, ich glaube, ich höre das Flugzeug ziemlich in der Nähe von mir. Tür öffnen. Komm schon. Komm, schließ die Tür. Warte mal. Kann ich nicht. Oh. Wo ist es gelandet? Der Bereich verkleinert sich. Okay, ich bin hier fein. Ratatatata. Oh. Oh. Oh Don't know am I the biggest pussy on earth? I think so Ach nö, ich kann es nicht. Das ist wahrscheinlich nur die Post. Nichts Wichtiges Oh, die Katze ist erstmal gucken. Gucken, was da los ist, Katze Hier draußen ist halt von niemandem. Sind nur 19 am Leben. Ich pussy hier rum wie die größte Pussy auf Erden Jo, wie mach ich eigentlich den Buggy wieder voll? Cool So mach ich den Buggy wieder voll Ich will aber auch nicht direkt in die Stadt reinfahren. Das ist ja ein bisschen akzeptabel, oder? Holy crap Okay, ich hoffe einfach ich sterbe nicht, weil ich muss jetzt an die Tür Am I dead? No, I'm not dead. Me not dead. Nice Oh, ich bin bereich drin Ich sollte einfach raus hier, Alter Ach 13 am Leben. Ich habe keinen einzigen gekelt, Mann Was ist das Game? Was ist das Game? Ich hoffe die sind nicht hinter mir Wo ist das Game? Oh Da ist ein Motorrad Oh, ich sehe niemanden Und ich habe total schlechten Loot, habt ihr In diesen Osten Mein Loch ist echt richtig scheiße da war echt einer hinter mir komm leg dich hin warum kann er denn sein gewehr nicht nehmen was los jetzt ich kann nicht weiter hochziehen er ist auf jeden fall in dem haus ich muss zwangsläufig zu geben weil der bereich kleiner wird und er guckt wahrscheinlich die ganze zeit kannst du wieder auf körper help me good habe ich noch rauchgranate ist das eine rauchgranate das war eine blendgranate fuck ich traue mich einfach nicht hinzulaufen kann ich ihn flanken ich kann zurücklaufen erstmal ich bin sogar noch im spielbereich laufe mal hier oben rum ich hoffe einfach niemand zieht uns ich hoffe noch alle in den scheiß häusern weiter mother fuckers ich bin ich bin zwölfter gewonnen ich bin ich bin ich bin eigentlich so bad naja Leute wir sehen uns beim nächsten Video bis dann tschüss tschüss